Jede Form von glücklicher und zufriedener Gesellschaft, in dem es jedem Menschen gut geht, war ja immer eine Utopie. Das wird ja nicht gelingen. Aber besser als das, was wir jetzt haben und was diese Leute veranstalten, diese hauptsächlich älteren Herren, die uns da regieren, das müssen wir können, weil das müssen wir uns auch wert sein als Gesellschaft. Deswegen finde ich auch so Veranstaltungen wie das oder Kino großartig. Das Kino als sozialer Raum darf nicht verloren gehen. Dass Leute sich anziehen, in die U-Bahn steigen, in den Bus und ins Kino fahren und dann dort sitzen, gemeinschaftlich etwas erleben, das finde ich großartig als sozialer Raum.